Unsere mittelständischen, familiengeführten und größeren Betriebe beschäftigen fast eine Million Menschen und erwirtschaften einen Umsatz von 160 Milliarden Euro. Jeder in uns investierte Euro zieht den doppelten Nutzen für die Gesamtwirtschaft nach sich. Wir bauen den Wandel. Wir bauen Deutschlands Transformation. Jeden Tag. Wenn du alle Bundeswasserstraßen in Deutschland abfährst, dann bist du von Berlin nach Peking gereist. Das Schienennetz übersetzt heißt, wir haben uns bald einmal um die Welt gebaut. Und die 830.000 Kilometer Straßen bringen dich schon heute bis zum Mond und zurück. So weit, so gut. Aber ausruhen gilt nicht. Denn die aktuellen Herausforderungen sind groß. Denn das ist eine zablösung. Das ist ein Teitel von der Welt. So weit, so gut. Das ist ein Teitel von der Welt. Die aktuellen Herausforderungen sind lit. Und das ist ein Teitel von. Und das ist ein Teitel von der Welt. Und das ist ein Teitel. Vielen Dank.